Das ist wirklich gottlos, das ist einfach Junge, 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 haben deine Eltern nicht so erzogen. Hallo, ich bin deine Schmexer und ich bin hier, um dich auf das phantasteröse Gronk Stream Archiv aufmerksam zu machen. Stream verpasst? Dann kannst du ihn auf Gronk.tv einfach nachschauen. Das war's auch schon. Dann gehe ich mal wieder und höre dir später heimlich beim Schlafen zu. Herr Robbubble haben wir schon lange nicht mal reingeschaut und ein Video, was ich unbedingt gucken wollte, aber irgendwie letztes Jahr nicht dazu kam und weiß ich nicht und irgendwie war da noch und dann kamen noch andere Dinge und dann war hier noch, dann war da noch, wie das immer so ist. Der Anti-Web-Videopreis 2023. Es gab früher mal einen Web-Videopreis, der war immer sehr groß aufgezogen. Der wurde dann so groß, dass er sich, glaube ich, irgendwann an sich selbst verschluckt hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, was letzten Endes zum Fall des Web-Videopreises geführt hat. Ich fand ihn eigentlich keine schlechte Institution dahingehend. Ich mag es nicht, wenn Leute das immer nur selbst feiern, aber ich fand es eine gute Institution, dass es halt die klassischen Medien am Ende mit den neuen Medien zusammengebracht hat. Das war eigentlich ganz gut, aber andererseits weiß ich im Nachhinein nicht, ob das so gut war. Jedenfalls, ja, Anti-Web-Videopreis, ich bin sehr gespannt. Bestimmt ein Video, wo ich mich nicht aufregen werde. Ich werde bestimmt allen Leuten hier zujubeln und sagen, ja, ich gönne dir den Preis. Ja, wir können ihn auch mal so machen. Und Robbubble wie immer scharf im Anzug. Liebes Publikum, heute vergeben wir zum siebten Mal in Folge den wichtigsten Preis der deutschsprachigen Influencer-Szene. Der Preis, bei dem wir die Videos, Aktionen und Influencer auszeichnen. Ich möchte ganz kurz sagen, wie frech es, wie gut ihm dieser Anzug steht. Das ist frech. Dieser Anzug steht ihm wirklich hervorragend. Die 2023 wirklich ganz besonders gemacht haben. Ganz besonders scheiße. Herzlich willkommen zum Anti-Web-Videopreis 2023. Starten wir direkt mit der ersten Kategorie. Das, was jetzt kommt, können Influencer besser als alle anderen. Nominiert in der Kategorie Werbung des Jahres. Sind Adidas, deren Markenbotschafter Elias Nährlich vor 30.000 Jugendlichen und seiner Freundin erklärt, Frauen wären Huren, wenn man Teile ihrer Unterhose sehen kann. Was? Fehlt mir gerade der Kontext? Ich habe noch nie gehört, dass Elias irgendeinen Shitstorm hat oder sonst irgendwas. Aber fehlt mir der Kontext? Hurigkeit. Hurigkeit. Unterhose zeigen. Hurigkeit. Sorry, sage ich. Mir scheißegal. Was? Aber... Lass Frauen doch ihre Unterhose... Also ich meine, selbst wenn es... Selbst wenn es... Einfach... Stell dir mal vor, du bist gerade auf einer Party und alle feiern und bla bla bla. Und die Feier ist ein bisschen ausgelassen. Und wenn Männer die Hose runterziehen, dann ist es lustig. Ja? Und teilweise Männer zeigen halt ihren blanken Arsch. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Männer machen keine halben Sachen. Und wenn Frauen ihre Unterhose zeigen, ist das dann... Hä? Das ist dann Hurigkeit? Weiß ich nicht. Habe ich ehrlich gesagt... Also ganz ehrlich, da habe ich andere Ansichten. Ich finde es legitim, wenn Frauen ihre Unterhose zeigen und es ist keine Einladung zu irgendwas, sondern es ist einfach legitim. Und dann, wenn du hingucken willst, guck halt hin. Weil passiert ja gerade was. Aber ja, das ist... Okay, das ist ein weirder Take. Geht nicht mal ums Runterziehen, sondern wenn ja zum Beispiel... Wenn der Tange aus der Jeans schaut... Aber ist das nicht... Also normal ist es... Es ist jetzt nicht normalisiert oder sonst irgendwas. Aber ist das nicht... Kommt das nicht häufiger vor? Es ging um Hosen, bei denen man den Schlüpper darüber sieht. Ja, aber ist das nicht auch... War das nicht eine Zeit lang so ein bisschen Modestil? Manche Leute haben das ganz gerne gemacht. Ich fand das nie wild. Okay, pass auf. Wenn du nur Hose anhast und du siehst den Schlüpper, dann ist das Hurigkeit. Aber wenn eine Frau einfach nur baufrei trägt und man sieht den Schlüpper nicht, man sieht also wenig, also man sieht mehr Haut, dann ist es aber okay. Weiß ich nicht. Ich wiederhole mich da gerne aus einem anderen Video, aus einem anderen React. Es geht mich einen Scheiß an, was die andere Person anhat. Solange es niemand anderem wehtut oder nicht gegen gesellschaftliche Konventionen verstößt, die festgelegt sind, geht es mich einen Scheiß an, was andere Leute anziehen. Und andere Leute, das ist wichtig, geht es einen Scheiß an, was ich anziehe. Solange ich niemandem damit wehtue und solange ich nicht gegen irgendwelche Konventionen verstoße. Geltende Konventionen. Nicht irgendwelche subjektiven Konventionen von Hans Rüdiger, der irgendeine eigene Meinung dazu hat. Weil diese Meinung, und das ist mir egal, ist auch egal, wie viele Vorderungen du hast. Das gilt für mich, das gilt für dich. Unsere private Meinung spielt keine Rolle. Die kann man für sich behalten. Man kann diese Ansichten natürlich haben, aber sie spielen keine Rolle. Sie sind scheißegal. Sie verbieten es niemandem. Lass Leute tragen, was sie wollen. Fertig. Seine Aussage ist schwierig im Schwimmbad. Ja, aber das bestimmt okay. Ich weiß nicht. Alles Huren. Im Schwimmbad sind nur Huren. Männerhuren, Frauenhuren, Badermeisterhuren, alles Huren. Ja, das ist ein Hurenbad. Ich weiß nicht. Ist wilder Take. Verstehe die Hintergründe nicht. Ich verstehe die Überlegung auch nicht. Ich glaube, das ist eine Aussage, also ich würde vermuten, das ist eine Aussage, wo man zehn Jahre später sagt, Junge, war ich dumm. Was habe ich denn da? Unangenehm. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, ja. Manche Dinge darf nur der Mann sehen. Ich glaube, so ein Ding ist das. Ja, aber wir leben doch hier nicht in einer Steinzeit. Hä? Ich hau doch meiner Frau nicht auf den Kopf und schleif die in die Höhle. Hä? Wir haben 2024 haben wir sogar inzwischen. Nicht mal mehr 23, wir haben 24. Das steht zu mir. Passt. Alle das Markenbotschafter. Alles in Ordnung, darf ich sagen. Das ist Hurigkeit. Unterhose zeigen, Hurigkeit. Sorry, sage ich mir. Scheißegal. Meine Partner stehen zu mir. Passt. Alle das Markenbotschafter. Alles in Ordnung, darf ich sagen. Oh, das ist aber nochmal anders unangenehm. Das ist aber nochmal so von oben herab. Und das meine ich jetzt nicht beleidigend oder sonst irgendwas. Ich freue mich schon, wenn dann eventuelle Zuschauer hier reinströmen. Das ist aber schon sehr arrogant. Das kommt nochmal anders komisch jetzt. Das finde ich super schade. Puh. Ja, ich weiß auch nicht genau. Die Jungs haben auch viel Unterhose gezeigt mit den Baggies damals, bis zu den Knien runter. Ja, damals Rap-Szene, wo du Baggies hattest und dann musstest du die Baggies irgendwie an den Knöcheln tragen irgendwo unten. Ich weiß das, weil ich habe damals auch Baggies getragen. Ja, Adidas teilt die Meinung. Ich weiß nicht genau, wie Adidas das sieht. Ich glaube, Adidas ist eher gewinnorientiert. Ich glaube, wahrscheinlich war der Shitstorm deswegen hier nicht so groß, als dass Adidas sagen würde, okay, dann raus mit dem. Ich glaube, ja, theoretisch müsste Adidas Abstand nehmen. Theoretisch. Ja, lauft jetzt nicht los und schreibt dann Adidas Asi. Macht das nicht. Und ich weiß auch nicht genau, wie Adidas reagieren würde, ob dir das nicht einfach egal wäre. Das weiß ich nicht genau. Ich bin da nicht so drin. Ich glaube, Adidas macht das, was am besten für deren Gewinnspanne ist. So wird Adidas immer entscheiden. Dieser Shitstorm lief schon ein paar Tage auf Twitter. Habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ich bin ehrlich, es ist nicht meine Bubble. Ich habe überhaupt nichts. Ich habe überhaupt nichts gegen den Kollegen. Aber ich finde die Aussage gerade, ich finde die doppelt schwierig. Aber wie gesagt, ist auch nur meine persönliche Meinung. Er hat seine persönliche Meinung, die auch komisch rüberkommt. Allein, dass das nicht bei dir läuft, ist schon blöd für den Kollegen. Der Kollege hat viel mehr Aufruf als ich. Der Kollege ist viel größer als ich. Das lief bei ihm. Also scheint es ja nicht so wild gewesen zu sein. Die Meinung war schon, ich war seine Meinung. Ja, aber aus meiner Perspektive war die schlimm genug. Aber am Ende nochmal der Turn, der hätte halt auch nicht, also beide hätten nicht sein müssen. Das ist mutige Werbung. Die geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Nike hat Just Do It. Adidas hat jetzt. Welche Aussage von ihm? Wenn du die zuguckst, dann frag doch nicht. Wenn dich das Thema interessieren, würde er zu zugeschaut. Warte, wir machen weiter. Darf ich sagen. Das ist mutige Werbung. Die geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Nike hat Just Do It. Adidas hat jetzt Hurigkeit. Hurigkeit, Sexismus, Adidas. Auch nominiert. Schwierig. Why Food, die sich über die letzten Jahre mit riesigem Influencer-Marketing in der Szene sehr beliebt gemacht haben. Doch das wurde zu teuer, weshalb sie den genialen Marketing-Schachzug zogen, sich an Nestlé zu verkaufen. So haben die teuer eingekauften Influencer ihre Verträge größtenteils sehr öffentlich von selbst gekündigt. Bin ich froh, dass ich da schon vorher raus bin. Ich bin so happy darüber, ne? Ich bin so happy darüber. Boah, Schwein gehabt. Neben Spielen, die wir drei Stunden spielen, war Why Food, glaube ich, mein kürzestes Placement. Und abgeraten, abgeraten hat mir übrigens unser Finance-Guy. Und zwar nicht, weil die wenig bezahlt haben, das Gegenteil ist der Fall, sondern, ja, ich hatte kurz Why Food-Werbung, er hat mir deswegen abgeraten, da kam er auch gerade erst zu uns, das war quasi, da war er gerade fast ganz, oder kam erst noch sogar. Und er hat mir abgeraten deswegen, wegen, wie heißt er nochmal, war das Peter Thiel? Hier, ich verwechsel den immer gerne. Wegen dem Chef von Why Food hat er mir abgeraten und hat gesagt, nee, komm, mach das. Frank Thielen. Ich verwechsel immer mit Peter Thielen. Ich weiß nicht, warum. Thielen, Thielen, keine Ahnung. Frank Thielen, Dankeschön. Mit Peter Zwegert, genau. Ja, aber genau, deswegen habe ich es dann, ich habe mich dann schlau gemacht, weil ich kannte, ich hatte ihn vorher gar nicht auf dem Schirm, habe mich schlau gemacht, habe gesagt, okay, dann canceln wir das. Auf Anraten unseres Finance-Guys, der für die Finanzen zuständig ist, so eine gute Leute haben wir nämlich, so welche. Voll geil. Also, ich feiere das bis heute. Dass er mir das abgeraten hat, feiere ich bis heute. Es sagt viel über ihn aus. Finde ich sehr, sehr gut. Auch wenn dieselbe Idee letztes Jahr schon bei Ankerkraut nominiert war, ist sie deswegen nicht weniger klug. Und zu guter Letzt. True. Red Bull, die es mit ihrer VIP-Lounge für Influencer auf der Gamescom kostengünstig geschafft haben, das Thema Nummer 1 der Messe zu werden. Ja? Mehr noch als jedes Spiel. Und das mit einem ganz simplen Trick. Dem Streamer Philo angeblich die Macht geben, Leute wie Cisco G aus der Lounge wieder rauszuschmeißen. Weiß ich nicht. Also, ich bin ehrlich. Das war, ja, ja. Also, die Lounge war schlimm, klar. Aber das war jetzt nicht unbedingt Red Bulls Schuld. Ich will jetzt aber auch niemanden irgendwie, ich will jetzt niemanden verteidigen. Ich habe das mitbekommen mit Philo und dem anderen Kollegen, den ich nicht auf dem Schirm hatte. Aber ich bin ganz ehrlich, ja. Also, ich hätte sogar mitreden können. Aber ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin. Aber hätte ich gewusst, was der Kollege, ich weiß den Namen gerade nicht, und der steht ja so ganz klein, was der Kollege so von sich gegeben hat und so, auch in der Vergangenheit und sowas, ich hätte genauso entschieden. Ich hätte es vielleicht anders kommuniziert, aber ich hätte den, glaube ich, auch nicht da haben wollen. Bin ich ganz ehrlich. Also, ich bin sehr, da bin ich auch wieder sehr subjektiv. Ich würde manche Leute, ich würde manche Leute nicht unbedingt einladen wollen. Ich habe das jetzt auch nicht mehr genau auf dem Schirm. Ich will jetzt auch nicht sagen, was da, bla, ich hatte das damals, ich hatte das damals so mitgekriegt und habe mich dann auch damals ein bisschen informiert und habe das mitbekommen. Aber kommt, glaube ich, noch. Ja, wir gucken mal. Aber ich bin ehrlich, ich hätte das, okay, sag doch, ob noch. Dann ist gut. Ich glaube, das ist passiert, weil Sisko's Content-GDRP ist und wie oft er rumtrollt. Aber war da nicht auch irgendwas mit Hitler? War da nicht irgendwas mit Hitler? Ich weiß nicht mehr genau. Vielleicht kommt das gleich noch. Weil der ihn mal in einem Videospiel besiegt hat. Nein, das war nicht der Grund. Und initial angenommen? Ich weiß nicht, ob das der Grund für Philo war. Das weiß ich nicht genau. Dann habe ich den Namen gelesen und dann wurde er abgelehnt. Wie geil muss so eine Red Bull Lounge sein, wenn erwachsene Männer sich tagelang drüber streiten, wer jetzt wen auf diese Liste geht? Die Agentur ist danach ganz groß rausgeflogen und Red Bull hat sich distanziert. Die Agentur ist rausgeflogen? Die Agentur ist die One-Up. Das ist unsere Agentur. Die ist nicht rausgeflogen. Ich habe kein Deal mit Red Bull. Ich kriege den nur kostenlos, weil wir nicht rausgeflogen sind offenbar. Davon mal abgesehen. Ja, das war unsere Agentur. Hat Philo sogar nicht so zugegeben, dass der Grund war. Wie gesagt, ich weiß es nicht genau. Ich weiß aber nach den Aussagen und den Sachen, die ich gehört habe von dem anderen Kollegen, ich hätte ihn nicht eingeladen. Ich sage, wie es ist. Ja, mag von mir sehr subjektiv sein, aber ich glaube, da waren sehr, ich habe die nicht mehr alle im Kopf, aber da waren super fragwürdige Aussagen. Ich hatte mich nämlich genau zu dem Zeitpunkt nach der Gamescom darüber informiert, aber das ist jetzt gefühlt ein halbes Leben her. Weil wir haben jetzt ein halbes Jahr später und das ist ja ewig. Ja, das ist ja. Gut, weiter geht es hier rein. Und dann wurde er abgelehnt. Wie geil muss so eine Red Bull Lounge sein, wenn erwachsene Männer sich tagelang drüber streiten, wer jetzt wen auf diese Liste gesetzt hat oder nicht? Das ist albern. Jetzt kriege ich richtig Bock auf Red Bull. Passend dazu frühstücken wir hier jetzt noch schnell eine Sonderkategorie ein, die wir dieses Jahr extra eingeführt haben. Und das ist die Kategorie Brand Safety. Habe ich schon mal erzählt, dass ich einen Telekom-Deal nicht bekommen habe, weil ich nicht brand safe bin? Wahre Geschichte. Hier werden die Influencer nominiert, die absolut brand safe sind und die von Red Bull auf jeden Fall in deren Lounge hätten eingeladen werden. Ja, ja, ich mache zu viele Jokes. Jokes, man kennt sie, die sind bei mir Tagesprogramm, weil ich bei Forrest mal geteabagt habe oder ich weiß nicht genau. Und das waren auch keine, das waren auch, das sind Geschlechtslose und Tote. Also es wäre Nekrophilie maximal. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja, das wäre der Grund, weil jemand das selbstpersönlich für sich so interpretiert hat. Und daran muss man sich dann halten, weil das dann die neue Wahrheit ist und nicht das, was passiert ist. Dann lass das doch. Ja, aber ich mache mich gerne über die Eingeborenen lustig. Über die Mutanten. Es sind Mutanten. Nicht Tanten, es sind Mutanten. Da ist ein Unterschied. Ja. Ja, nun. Möchte man von der Telekom gesponsert werden? Ich weiß nicht mehr, worum es ging. Es war irgendein Deal und da wurde halt angefangen. Ich weiß nicht genau, ob ich, aber ich wurde schon kategorisch abgelehnt. Ich weiß nicht, ob ich ihn angenommen hätte. Ich kann es nicht mehr sagen. Ähm, ich weiß auch fairerweise nicht mehr, worum es ging. Vielleicht hätte ich ihn auch angenommen. Vielleicht war es ja ganz cool. Aber ja, nun. Ich bin auch so lange bei der Telekom. So ist es ja nicht. Bin eigentlich auch zufrieden. Ja, aber das war, äh, ja nun. Gut. Nominiert ist Cisco G, der unter anderem mit Adolf Hitler Rollenspiele in GTA spielt. Das ist der. Das ist doch genau der. Hä? Aber das ist doch genau, das ist doch genau der Kollege, der nicht eben, der eben nicht zum Dingens, zu Red Bull sollte. Das ist doch genau der. Hä? Und das war der, wo ich sagte, ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber das war fragwürdig, blablabla. Ja, der ist das. Und genau deswegen hätte ich ihn auch niemals da eingeladen. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich habe keinen Beef mit dem, aber Junge, das brauchst du halt nicht. Entschuldigung. ...wohl auf jeden Fall in deren Lounge hätten eingeladen werden sollen. Nominiert ist Cisco G, der unter anderem mit Adolf Hitler Rollenspiele in GTA spielt. Hallo, Sir. Hallo, ist das D? Hallo. Sind Sie gerade noch? Aber genau deswegen kam er auch nicht. Ich bin der Herr Winkler. Hallo, wer sind Sie? Herr Winkler, grüße Sie. Ich bin Hotler. Wer Hitlergrüße in seinen Videos hat, der passt auch zum Gründer von Red Bull. Denken Sie dran, wie immer entscheiden Sie, wer gewinnt. Stimmen Sie ab in den Kommentaren, wer Ihr Favorit in welcher Kategorie ist. Und wie immer kriegen die Gewinner einen Preis ungefragt und ungewollt direkt nach Hause geschickt. Ach, das ist ein Daumen nach unten. Ich dachte gerade ganz kurz, das ist ja ein cooler Preis. Das sieht aus wie die Twitch, diese Twitch-Bubble vom Logo. Ich dachte kurz, ganz kurz, hä, aber warum, hä, warum diese Twitch-Dingels? Und das sieht eigentlich ganz nice aus. Hätte ich auch gerne. Aber es ist ein Daumen nach unten, das sehe ich jetzt erst. Ja, und gleichzeitig ein bisschen wie ein neuen Live-Logo. Gleichzeitig auch das ein bisschen, was es viel schlimmer macht. Ich finde neuen Live schlimmer als ein Daumen nach unten, wenn ich ehrlich bin. Äh, ja, das, äh, ja, hm, okay. Ich dachte, das wäre eine Kamera. Ja, das, hm, okay. Goldenen Dislike-Button. Schreiben Sie also fleißig Ihre Favoriten in die Kommentare. Auch in der nächsten Kategorie Beste Wissenschaftskommunikation. Oh Gott. YouTube hat dieses Jahr MyLab verloren. Ja, das stimmt. Doch zum Glück haben wir genug kluge Köpfe, die dieses riesige Loch einigermaßen füllen können. Mir werden auf YouTube ständig Schwurbelkanäle empfohlen. Die sind bei mir auf der Startseite, obwohl ich die nie besuche und auch nichts in der Richtung besuche. Nichts, ne, bla. Und ich kriege trotzdem, trotzdem kriege ich ständig irgendwie auf der Startseite irgendwelche komischen Schwurbelkanäle. Äh, teilweise auch über geistige Energien, teilweise auch über, ich weiß nicht, 5G-Türme, bla, sowas halt. Ähm, wie man, wie man mit Konzentration den Krebs besiegt, bla. Also ganz, ganz komische Sachen. Und ich bin nie auf diesen Kanälen. Ich bin da nicht drauf, weil ich will diese Videos nicht sehen und ich möchte beileibe nicht mal einen View da lassen. Nicht mal das möchte ich den. Möchte ich. Weil ich bin nicht mal ansatzweise neugierig, weil ich denke mir, ich hab das Gefühl, wenn ich dieses Video gucke, werde ich dümmer. Ich will das nicht sehen, weil ich will diesen Inhalt nicht in meinem Kopf haben. Ich will das nicht gesehen haben. Ich will meinen Kopf mit anderen Sachen füllen. Nicht mit dieser Scheiße. Vielleicht, weil ich AstroTV mal geguckt habe, weil ich darauf mal reaktet habe, eventuell. Vielleicht hätte ich nicht auf AstroTV reakten sollen und vielleicht kriege ich deswegen die Scheiße. Aber es war nur ein Video. Es war nur ein Video. Und dann kriege ich nur die ganze Zeit diese Scheiße. Und was das Schlimmste ist, bei der, ich hab die YouTube auf Smart TV, auf Samsung Smart TV und auf dem Fire TV Stick, also auf Fire TV und bei dieser App, die man da nutzt, ist oben links immer ein Werbevideo. Wenn du auf der Startseite bist, ist, oh hey, Zayuri, hallo. Herzlich willkommen. Ne, da ist so oben links immer ein Werbevideo. Das ist so ein Werbebeitrag quasi. Und da ist immer nur Scheiße. Da ist immer nur Scheiße. Da kriege ich PDF, diese Geld, werde jetzt schnell Reich-Videos und bla bla bla. Da werden immer nur Scheiß-Videos vorgeschlagen. Und das sind immer die Sponsort-Dinge. Das ist einfach, boah. Meine Übung ist aktuell voll mit Bestattern. Job des Bestatters, Praktikum am Bestatter. Ja, Doni, sei froh, dass es nicht auf der anderen Seite ist. Ich kriege bestimmt bald Werbung von der anderen Seite vom Bestatter. Bequem liegen, viel Erde, günstig, stabiler Holzsarg. Ich warte noch drauf. Ich kriege jetzt schon, ich kriege jetzt schon auch des Öfteren immer irgendwelche ganz komischen Sachen für irgendwelche Pillen, die ich in 20 Jahren vielleicht mal brauchen werde. Ich meine nicht Werger, sondern ich meine irgendwelche Zusätze oder bla oder Ersatzprothesen oder keine Ahnung. Oder Erwachsenenwindeln. Was weiß ich. Für was halten die mich denn? Ich bin doch kein Ersatzteillager. Ich funktioniere noch. Ja, ich funktioniere gut. Ich habe keine Beschwerden. Verplappert. Nee, Viagra-Werbung kam immer per Mail, aber schon lange nicht mehr. Ich habe Viagra-Werbung habe ich immer in meinen 20ern bekommen. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, Algorithmen sind echt scheiße. Ich habe das Gefühl, dass zielgerichtete Werbung bei mir immer an der falschen Stelle ist. Ich habe das Gefühl, wir leben in Zeitlinien von KI und alles wird schlauer und bla bla bla. Aber Werbe-Algorithmen sind einfach ein Vollidiot. Werbe-Algorithmen sind Gegner bei Ubisoft gefühlt von der KI her. Die sind halt da. Die machen aber nicht viel. Nominiert sind zum Beispiel Mist, warte. Kategorie Wahl. Doch, zum Glück haben wir genug kluge Köpfe, die dieses riesige Loch einigermaßen füllen können. Du weißt aber nicht, was dich wirklich interessiert. Nominiert sind zum Beispiel Tanja Makaritsch, bekannt auch als die neue Freundin von Julienko. Haben wir vorhin noch darüber geredet, dass Bibi wieder da ist und dass ich bei Julienko, wenn ich seine Videos gucke, immer ganz komisch, also ich habe da ganz negative Vibes. Ganz schlechte Vibes habe ich da. Und mein Bauchgefühl sagt, oh, boah, das ist nicht gut. Ich will da jetzt keine Diagnose machen oder sonst irgendwas, aber das ist alles nicht gut. Die neuen, Bibi ist, Bibi returnt gerade und ich glaube, ihr Take ist jetzt natürlicher und ehrlicher zu sein. Bei Julienko habe ich das Gefühl, dass er kompensieren muss irgendwas. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass er zeigen muss, wie reich und toll und super und wirklich super und unglaublich super er ist. Habe ich immer so ein bisschen das Gefühl und dann kommen wieder ganz fragwürdige Placements, die ihr bestimmt schon auf anderen Kanälen gesehen habt, wo die diskutiert wurden. Ja, na gut. Okay, wir machen weiter. Ich pausiere hier alle zwei Sekunden. Die uns eine der größten wissenschaftlichen Durchbrüche des Jahrtausends präsentiert hat. Steine. Ich wusste es. Heilsteine. Er stärkt eure Seele, wenn ihr Depressionen habt. Oh, das war so gut. Mithalten kann da wirklich nur eine andere Nominierte. Es ist klar. Sarah Secret, diese Influencerin hat eigentlich direkt einen Nobelpreis verdient. Kenn ich nicht. Es ist ihre eigentlich auch überhaupt nicht würdig, ihren Namen hier überhaupt in meinen Mund zu nehmen bei diesem im Vergleich so lächerlichen Preis. Denn Sarah Secret hat allem Krebs geheilt. Hier sind Kapseln drinne mit einem ganz besonderen Wirkstoff. Unser Hersteller hat für einen Kunden etwas entwickeln müssen gegen Krebs. Aber ist das nicht strafbar, das zu behaupten? Ist das nicht strafbar? Weil sonst würde es viel mehr Mittel gegen Krebs geben. Darf sie das? Ich frage das einfach mal, das ist strafbar, ne? Ich glaube auch. Okay, wo kein Kläger, da kein Richter? Ja, ja, ja. Heilversprechen, weil unheilbare Sachen sind verboten. Ja, ja, ja. Das denke ich mir artig aus im Kopf. Ich glaube wirklich, das ist strafbar. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber 80. Für alle Leute, die jemanden verloren haben an diese furchtbare, furchtbare Krankheit Krebs, ist das einfach Spucken ins Gesicht. Und für alle Leute, die gerade natürlich unter Krebs leiden, will ich gar nicht wissen, wie sich das anfühlt gerade. Okay, wohnt in Dubai. Versucht Dubai sich nicht gerade auch wieder gut darzustellen und von eigenen, ich sag mal, Menschenrechtsverletzenden Problemen abzulenken, indem man E-Sport-Sachen ausrichtet? Ich hab da wieder was gehört. Da kommen jetzt irgendwelche E-Sport-Sachen hin und ISL, ich weiß nicht genau. Was war das? Irgendwas kommt da jetzt wieder hin, damit man ein bisschen ablenkt von seinem Scheiß im Keller. Ja. Ach, Saudi-Arabien. Entschuldigung, Saudi-Arabien war das. Entschuldigung, das war das. ESL gehört den Saudis. Ah, okay. ESL stimmt immerhin. Okay, Saudi-Arabien war das. Entschuldigung. Es soll, es soll wirklich Krebs heilen. Oh, Sarah, bitte. Warum, Mädchen, warum, warum sagst du das denn? Warum, du, also, also zwei Sachen sind möglich. Entweder sie glaubt wirklich daran und dann hat Sarah aber ganz andere Probleme, ja, dann, dann sind das ganz andere Probleme. oder sie weiß, dass sie lügt und dann, Entschuldigung, aber liebe Sarah, holy shit, ich komm dann wieder zum Bodensatz der Gesellschaft. Ich komm dann wieder, ja, das ist, das ist wirklich gottlos. Das ist einfach, Junge, 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 haben deine Eltern nicht so erzogen. Ganz ehrlich, dann zeig lieber Unterhose. Anstatt so eine Scheiße zu erzählen. Entschuldigung, ich war, das war unpassend. Ich meinte das jetzt gerade wegen, wegen am Anfang vom Video, ne, mit der Hurigkeit. Ich wollte das darauf zurückführen. Das war jetzt nicht gemeint, dass ich einen Onlyfans machen soll. Nicht, dass jemand, hier wieder in den Startlöchern ist, auf Twitter, auf X, ja, äh, aber, ja, dann, pff, oah, pass auf, wir machen das so. Zeig lieber Unterhose, wie bei Hentai Kamen. Einfach übers Gesicht, dann ist der Mund wenigstens zu. Ich kann mich nur verneigen, danke, dass ihr neben eurer Karriere als Influencerin noch so viel für die Menschheit tut. Aber, es gab auch noch einen anderen Grund. Ich wollte mich nicht aufregen. Ich wollte sagen, was das alles für tolle Menschen sind, die die Menschheit weiterbringen. Großen, wissenschaftlichen Durch. Hentai Kamen, meine Mutter heißt Kamen, bitte was? Ihr müsst einen wunderschönen Familienabend machen und euch unbedingt Hentai Kamen anschauen. Das sind Filme für die ganze Familie, da kann man enger zusammenrücken, die kann man gemeinsam genießen, gemeinsam lachen. Ich hab die mit Eos Ende geschaut, das war wirklich toll. Wir sind uns näher gekommen. Es gibt zwei Teile. Beide sind sehr gut. Hentai Kamen. Ich empfehle die sehr. Es wird nicht Karmen geschrieben, sondern Kamen mit K und ohne R. Kamen. Bester Film. Ja, ist so. Ist wirklich so. Der ist sehr, sehr gut. Schaut die einfach zusammen, als Familie. Sehr schön. Vielleicht die Kinder vorher aufs Zimmer schicken. Ja gut, komm, wir machen mal weiter. Durchbruch und zwar durch Fitnessguru, aber vor allem Forscher, Julian Ziedlow. Auch wenn es nach außen so wirkte, als hätte der... Oh Gott, das war er, der sich von seiner Frau getrennt hat, pipapo, und dann immer diese komischen Videos macht und Onlyfans und blablabla und gar... Oh, puh. Wieso weiß ich sowas? Wieso? Warum fülle ich meinen Kopf mit so einer Scheiße? Ich will das nicht wissen, aber ich bin irgendwie... Ich kriege alles mit und das ärgert mich selber. Der Mann, seine Frau, Familie und Firma verlassen nur mit einer jungen Frau durchzubrennen und Drogen zu konsumieren, ging es hier tatsächlich um eine sensationelle Entdeckung. Aliens. Es gibt sie wirklich. Julian Ziedlow ist auf sie gestoßen. Offenbar ist Ziedlow einem Alien-Kult namens Bashar in die Arme gelaufen. Das sind Leute, die glauben, dass ein glatzköpfiger Kanadier mit einem außerirdischen Wesen kommunizieren kann. Und das sieht dann so aus. I will say good day to you this day of your time. How are you all? Julian Ziedlow Ich bin ganz ehrlich? Ja, ich möchte gerne einer Alien-Sekte in die Arme laufen, aber wenn ich dann sehe, dass ein gescheiterter Staubsaugerverkäufer vorne auf der Bühne steht, der aussieht mit einer schlechten neuen Live-Imitation, dann würde ich aber ganz schnell wieder durch die Tür verschwinden. Junge, da muss man aber schon richtig realitätsfremd sein, um da noch irgendwie zu bleiben eine Minute. Junge, Junge, Junge. Good day to you this day of your time. How are you all? Skibbididoo, wappididooda. Wie kann man denn da bleiben und das ernst nehmen? Und dann, ach Aliens, ja, ich möchte gerne von Ihnen in Hawaii, möchte ich mehr über Aliens erfahren. Sie wirken vertrauensvoll. Julian Ziedlow hat ihn entdeckt und das komplett nackt. Wir sind erst ganz am Anfang und ich bin einfach schon komplett baff. Bevor wir jetzt aber zur nächsten Kategorie kommen. Lieber Rob Babbel, erstens, tolles Standbild, äh, zweitens, Entschuldigung, zweitens, äh, dein Job muss manchmal unfassbar anstrengend sein. Die ganzen Sachen rauszusuchen, zu sichten und dann musst du, das sind ja nicht nur die, die gewonnen haben, sondern du hast ja wahrscheinlich eine ganze Liste mit Leuten, die gewinnen könnten und dann muss man überlegen und dann, ne, natürlich kommt ja eine Jury zusammen, das ist ja klar, eine hochqualifizierte. Ähm, ich finde, bei dem, wieso gibt's eigentlich für Anti-Web-Videopreise nicht sowas wie Zuschauerpreise? Wo Zuschauer voten müssen, das wäre auch, äh, wäre interessant. Möchte ich Ihnen den heutigen Sponsor des Preises vorstellen, der dieses Jahr zufällig auch gleichzeitig unser Gewinner des Jahres ist. Hä? Aber für den Dislike? Der Gewinner des Jahres für den Dislike? Hallo, ich bin Hans-Peter Müller, Vorsitzender des Verbandes Deutscher Medienrechtsanwälte. Ich würde dem auch alle jede UFO-Sache glauben, sofort. Also ganz ehrlich, da gehe ich hin und unterschreibe sofort, bin im UFO-Kult. holy shit, ich wollte dir bei eurem Preis einfach mal krass Danke sagen von ein paar Jahren. Da wusste ich noch überhaupt nicht, was das Wort Influencer so überhaupt bedeutet, aber spätestens seit diesem Jahr muss ich sagen, ich liebe euch, ich bin reich. während vor ein paar Jahren es wohl noch so war, wurde mir gesagt, dass man so Ansagen gemacht hat und es dann geklärt hat oder man hat sich einfach sympathisch wohl in einem Fake-Award so ein bisschen kritisiert, aber inzwischen ist es anscheinend gang und gäbe, Kollegen und Kolleginnen wirklich komplett fertig zu machen. Da muss, da muss es auf jeden Fall knallen. wenn jemand früher einen Influencern in die Toten genannt hat, dann hat man darüber gelacht. Dann hat er den Ding wahrscheinlich recht. In den meisten Fällen. Hand aufs Herz. So ehrlich können wir es anscheinend. Aber heute, da geht nichts mehr ohne eine Abmahnung und mit Klagenkritikern einzuschüchten. Das gehört inzwischen zum guten Ton der Influencer-Szene. Und da, da wollte ich einfach mal Danke sagen und zurückgeben an euch, an die Community. Danke. Liebe Grüße hier aus meinem dritten Ferienhaus in Dubai, wo ich dank LordVPN trotzdem das Gehungloch im Buch. Ich hatte gesagt, wegen Versicherungen vielleicht. Wir machen mal weiter. Kannst du mal das Video laufen lassen? Ja, du hast recht, Speedy. Du hast recht, Speedy. Wir kommen mal wieder zum Thema. Belohnen wir jetzt die Geschichten, die uns im vergangenen Jahr besonders gepackt haben. Dramaturgische Meisterwerke voll mit Spannung und Wendungen. Nominiert in der Kategorie Bestes Drehbuch sind Der Nutrition Fight. Julian Zitlow versus Christian Wolf versus Flying Uwe. Nur in Deutschland kann man Influencer-CEOs von millionenschweren Konzernen dabei zugucken, wie sie sich gegenseitig beleidigen. Erst wirft More Nutrition-CEO Christian Wolf Rocker Nutrition-Gründer Julian Zitlow vor. Der hätte für eine Alien-Sekte seine Familie im Stich gelassen. Ich habe mitbekommen, dass es da Beef gab, aber eigentlich eher durch Rezo, so indirekt. Aber ich habe jetzt nicht... Was? Was? Wegen Aliens? Aber die Frage ist, hatte er dabei auch eine Glatzung nach Weihemd an? Das wäre wichtig. Doch als Christian Wolf dann sich von seiner schwangeren Freundin trennt, schießt Julian Zitlow zurück und packt neben Vorwürfen über mutmaßliche Beziehungsaffären... Er hat keine Zeit für die gerade erst künstlich befruchtete Frau ihre Schwangerschaft als Neugeborene, weil die Firmen noch größer werden müssen. Dutzende von Millionen, die jetzt schon halt nicht reichen. Du verkaufst dein Kind, Christian Wolf. Und dann auch Promiflash verlinkt. Ja, Promiflash ist glaube ich immer die beste Quelle, die man haben kann. Aber was? Alter. Direkt auch schwere Anschuldigungen über deren angeblich sehr fragwürdige Geschäftspraktiken dazu. Und jetzt kommt Neosub-CEO Flying Uwe out of nowhere und schlägt sich auf die Seite von Julian Zitlow um Christian Wolf mit weiteren Vorwürfen das Genick zu brechen. Am Ende steigen sogar ZDF-Magazin und STRG-F in den Ring, um Christian Wolf und Monotrition mit einem Mortal Kombat Finishing Move zu beenden. Wäre das alles so ins Rollen gekommen, wenn Julian Zitlow nicht ein Alien gefunden hätte? Ich glaube nicht. Und das macht diese Geschichte zu einer der absolut Besten des Jahres. Aber es gibt auch Konkurrenz. Nominiert ist auch Leroy's Reise in 2023. Was für ein Auf und Ab. Erst steigt er bei Funk aus, weil die ihn in seiner kreativen Freiheit zu sehr eingeschränkt haben, die Freiheit fragwürdige Instagram-Accounts zu bewerben und noch mehr Kritik an seinen Gästen und seiner Einordnung abzusahnen. Nur, um dann schließlich den unerwartesten Rage-Squid der YouTube-Geschichte hinzulegen. Ich habe das Ende-Video gesehen. Wir machen mal kein React drauf, weil ich bin nicht so sehr in der Leroy-Geschichte drin, als dass ich halt gut mitreden könnte. Ich würde gerne, also wenn ich das Thema behandeln würde, würde ich gerne mehr dazu sagen. Aber ich habe das Video gesehen und ich habe geguckt und geguckt. Das Video geht halt eine Stunde und fast eine Stunde und fünfte Minuten beinahe. Ich habe geguckt und geguckt und geguckt und der Ganze finde ich traurig, dass er aufhört wegen sowas. Ja, nee. Von dem, was ich mitbekomme, aber nicht so der große Fall. Also schade, dass es so gelaufen ist, aber ich glaube, dass die Zeit war auch schon lange vorbei. Und das Video, das Ende, war am Anfang einfach nur ein sich selbst feiern und quasi ein Framing die ganze Zeit darauf hin, um dann schließlich zum Abschluss, also das alles schon mal, alles schon mal sich selbst so richtig geil hinzuframen, ohne Ende. Und das sage ich ganz objektiv, weil ich wirklich keine Meinung bei dem Thema habe, weil ich auch nicht so alles mitbekommen habe. Aber es war wirklich, die Hälfte vom Video war die ganze Zeit immer nur so, ach Mensch, glorios, ach Mensch, wie toll, super, hier, hier, oder so. Mehr war das nicht. Und dann habe ich irgendwann, habe ich glaube ich sogar vorgespult, weil ich irgendwann, damit nichts, komm, mach mal, ja, das war, das war kein, das war kein gutes Abschiedsvideo, sage ich mal so. Es hat wirklich keiner kommen sehen. An dieser Stelle freut es mich jetzt anzukündigen, dass wir Leeroy zusätzlich den Influencer-Nannenpreis für sein Lebenswerk verleihen. Er sagt selbst, er sei kein Journalist und musste jahrelang Kritik aushalten, dass er zum Beispiel einen AfD-Politiker ohne Einordnung in seiner Sendung einer Transfrau ihre Existenz aber kennen lässt. Doch, in seinem letzten Video veröffentlicht er plötzlich Rohmaterial. Das zeigt, er kann es. Er kann einordnen. Er kann sich für seine Gäste einsetzen. Aber ich frage mich halt, warum hat es dieses Rohmaterial niemals in den Hauptschnitt geschafft? war es, war es, um sich komplett auf keine Seite zu stellen aus vermeintlicher Objektivität, was aber nicht so funktioniert, weil du musst als Moderator musst du ja für ein Balancing zwischen den beiden Gästen sorgen. Und das hat ja offenbar hinten und vorne nicht funktioniert. Und das wurde komplett rausgeschnitten. Ja, und zwischen beiden Gästen meine ich, egal wer da sitzt. Ja, falls die Leute kommen, das ist mir egal, darum geht es gar nicht. Egal welche Gäste da sitzen, du musst es irgendwie ausgleichen als Moderator. Das ist deine Aufgabe. Dafür bist du da. Und nicht einfach nur alles abnicken. Mhm, mhm, mhm. Mhm. Und dann die andere Seite nicht zu Wort kommen lassen, weil der eine alles überquatscht schon vom Berufswegen und die andere Person vielleicht wegen ihrer Situation sowieso schon ein schwieriges Standing hat, sowieso schon dauernd angegangen wird und sowieso schon dauernd niedergemacht wird und sich vielleicht gar nicht traut, einfach laut aufzutreten. Da musst du eben ausgleichend als Moderator auftreten. Und vor allen Dingen musst du von dem Thema Ahnung haben, was du behandelst. Du musst also, wenn irgendjemand da komische Sachen erzählt, musst du eben auch einschreiten. Und das ist halt nirgends passiert. Er kann Hass die Stirn bieten und nicht nur die Plattform. Er hat sich nur entschieden, es rauszuschneiden? Ja. Ja, okay, kommen wir einfach direkt zur nächsten Kategorie. Ja, quasi warum? Beste schauspielerische Leistung. Auf Twitter hat jemand rumgeheult, weil du vorhin den AfD-Typen gesperrt hast. Ja, aber ist nicht mein Problem. Der kann gerne rumheulen, ist ein gutes Recht, aber ist nicht mein Problem. Nominiert ist ApoRed für seine Rolle als reicher Influencer. Hä? In den letzten Jahren war er bester Schauspieler, bester, okay, ja, ich verstehe, dass er nominiert ist, aber bester Schauspieler, really? Das ist so eine miserable Leistung. Also, also so miserabel. Das, ich, ich weiß, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. bereits für die gleiche Rolle im Film In-Sie-Modus nominiert. Dieses Jahr hat er in der Fortsetzung die Rolle Exzellent weitergespielt. Erst gab er zu, pleite zu sein, Method-Acting, und dann kam raus, das Ganze war nur ein Prank. Nur, um dann doch zuzugeben, er hätte wirklich Schulden, aber es ist alles ganz anders als gedacht. Comedy kann der Mann also auch unglaublich vielseitig. Ja gut, aber er ist schon. Orange Morrange, der unglaublich unauffällig und mit krassem schauspielerischen Talent, so dass es wirklich keiner gemerkt hat, die Wohnung von Tanzverbot in seinem Stream wirklich komplett aus Versehen geleakt hat. Wenn das Absicht gewesen wäre, dann wäre das schon ein ziemlich krasser Kack-Move gewesen, aber ich habe mir das hier rausgesucht, weil die Lage voll schön sein soll. Also hier mit diesen schönen Bäumen und so. Tanzverbot wohnt da? Hä? Meine Damen und Herren. Okay, das kannte ich gar nicht. Das war, ja, das war, wow, das war, rede nicht über Apo. Jawohl, ich werde sofort ihre Fehler werde ich umsetzen. Natürlich, Entschuldigung, dass ich Themen nicht ansprechen darf. Habe ich dein Vorbild beleidigt oder was war jetzt das Problem? Ich habe, weiß ich nicht genau. Oder war das eher, weil ich ihm keine Bühne bieten soll? Dann hast du natürlich recht, aber man darf trotzdem über ihn reden. Er existiert ja trotzdem. Ja, ich gucke aber seine Videos nicht mehr an. Nur, nur kurz, vielleicht mal zum Klarstellen. Falls, falls du, falls du Bedenken hast, weil das irgendwie dein Held ist und, äh, dann sind deine Probleme nicht, dass ich das anspreche. Dann liegen die Probleme woanders. Ich glaube, er war einfach im Team mit keine Bühne. Das wäre sehr gut, ja, aber trotzdem existiert er ja. Ja, und er existiert auch hier im Video. Also ich werde dir nicht weglügen quasi, das wäre dumm. So, warte, jetzt aber hier. Ich habe mir das hier rausgesucht, weil die Lage voll schön sein soll. Also hier mit diesen schönen Bäumen und so. Tanzte wohnt wohnt da? Hä? Meine Damen und Herren, bevor wir weitermachen, muss sich diese Sendung leider für einen wichtigen Aufruf unterbrechen. Eine langjährige Nominierte dieses Preises wird gerade vermisst. Sie ist klein, hat blonde Haare und hört auf den Namen Bibi. Sie wurde jetzt seit eineinhalb Jahren nicht mehr gesehen. Und sie ist wieder da. Bibi, wir vermissen dich. Inzwischen ist sie wieder da. Robbubble der Vergangenheit. Wenn du das doch nur hättest wissen können. Oder war die da schon wieder da? Nee, das war, das ist ein ganz kurzer Part. Ja, Robbubble hat gerufen und Bibi hat geantwortet. Jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich, warum Bibi auf einmal wieder da ist. Robbubble, bitte, sei dir in Zukunft deiner Rolle in der Gesellschaft bewusst. Ja, lieber Anti-Werb-Videopreis, lebe mit den Monstern, die du erschaffen hast. Wobei, ich, wie gesagt, ich bin bei Bibi, ich bin sehr gespannt. Sie ist wieder da. Und, ähm, ich glaube, sie hat sie, ich bin mir aber nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, sie hat sich geändert, ja. Wir wissen es aber noch nicht. Es wird sich zeigen, mit den ersten Videos, die da kommen, mit den ersten Placements, wenn da welche kommen, man weiß es nicht genau. Ähm, aber, ja, wir schauen mal. Wir schauen mal. Es sieht, es sieht bisher so aus, ja, sie sieht mega happy aus und vor allen Dingen sieht sie auch sehr privat aus. Und nicht, nicht, nicht mehr so fakey makey. Ähm, ja. also lassen wir, warum soll sie sich geändert haben? Weil sie, soweit ich das mitgekriegt habe, die Schnauze voll hatte von diesem ganzen Fake Shit und von diesem ganzen alles in die Öffentlichkeit zerren, kein Privatleben mehr und nichts. Also, wir lassen uns überraschen. Ich würde sagen, wir können viel vermuten, aber die ersten Videos werden es zeigen. Wie gesagt, bei Julienko bin ich inzwischen äh, nicht gut, nicht gut. Und bei ihr, schauen wir mal. Bitte melde dich. Hat sie. Präsentiere ich Ihnen True-Crime-Geschichten, die uns zum Schaudern gebracht haben. Mystery vom Feinsten. Nominiert ist das große Steak-Drama. Eine True-Crime-Story, die ihresgleichen sucht. Wer hat nicht bezahlt oder so, ne? 38 Influencer gehen zusammen in ein Steak-Restaurant, bestellen 35 Steaks, aber am Ende werden 15 Steaks nicht bezahlt. Das klingt wie eine Mathe-Aufgabe, ist tatsächlich blanker Horror für Elias Nährlich. Der bleibt auf einer 1500-Euro-Steak-Rechnung sitzen. Wer waren die Täter? Wer hat gelogen? Diese Story hat alles, inklusive falscher Beschuldigungen und jeder Menge Influencer-Detektive. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, welche Influencer da waren, aber bei 35 waren das, glaube ich, ist doch die Chance relativ hoch, dass da auch welche dabei waren, die sonst immer mit ihrem Reichtum flexen, ne? Und immer, und von einem habe ich gerade gehört, der verdient wahrscheinlich auch mehr als ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir fast sicher. Ähm, ich glaube, also ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, aber da wäre doch mindestens einer dabei gewesen, der einfach sagt, ach komm, ich mache das. Ist das nicht mehr so, dass man so, ach komm, ich mache. weil ich einfach diesen Monat nicht Millionen gemacht habe, sondern Milliarden. Ich merke das Geld gar nicht. Ich lade einfach alle ein. Ohne Drama, ohne irgendwas draus zu machen, sondern einfach zu sagen, ja komm, ich lade einfach alle an. Fertig. Easy. Ja, ich weiß halt nicht, wer da war, aber ich kriege das immer so mit, dass die meisten Influencer immer, uh, ich habe so hier, ne, hier, schotter, schotter, und auf einmal kann jemand sein Steak nicht mehr bezahlen, was irgendwie weird ist. Ja, das fand ich, das fand ich komisch. Hm. Und? Hättest du gemacht? Ich, ja gut, ich bin ganz ehrlich, mit 35 Leuten war ich noch nie Essen, ähm, kommt euch auf die Leute drauf an, ne? Wenn ich die alle nicht mag, würde ich es auch nicht machen. Aber wenn ich die alle mag und, äh, irgendwie, ja, und das irgendwie einen Anlass gibt oder bla, irgendwann, würde schon. Könnte schon passieren. Natürlich über die Firma als, äh, Geschäftsessen. Das ist uns allen klar, ja? Das, äh, geht natürlich schön, das läuft natürlich schön über Steuerberater. Das, äh, nicht einfach so. Aber vorstellen könnt ihr mir, Friendly Fire Crew würde ich sofort machen, klar. Alle Zuschauer wird, glaube ich, ein bisschen teuer. Dafür, dafür muss ich noch ein paar Jahrzehnte in den Kohlebau. Die Friendly Fire Crew hätte ich sofort gemacht. Wer ist der Rucksackpisser? Eine Geschichte, die vermutlich auch bald ihren eigenen Podcast auf Podimo bekommen wird. Das habe ich mitbekommen, ja. Auf der Gamescom VIP Influencer Party von Saturn. Einem Event, bei dem nur bekannte Menschen zugelassen wurden, hat ein Unbekannter auf die Rucksäcke seiner Kollegen uriniert. Ich riech's schon, wirklich meterweit entfernt davon. Es riecht hier übelst nach Urin. Und ich konnt's nicht glauben. Das war so surreal für mich, weil es war ja nicht mal so, als wär's jetzt irgendwo auf der Gamescom gewesen. Nein, es war bei einer Creators and Friends Party unten im VIP-Bereich. Oh. Wie kann es gewesen sein? Ich möchte nur ganz anmerken, ich war da nicht. Ich war da nicht. Ich piss auf vieles, ja. Aber das war ich jetzt nicht. Eine Gamescom-Story, wie wir sie gewohnt sind. Wer denkt nicht zurück an den spannenden Thriller aus 2018? Wer hat vor den Fortnite-Stand gekackt? Ich erinnere mich, ja. Stay classy, Gamers. Sollten übrigens... Aber es soll ja nur ein Gerücht gewesen sein. Soll nie passiert sein. Man weiß es bis heute nicht. Ja, der Fortnite-Scheißer. Wir wissen bis heute nicht, ob es den wirklich gibt oder ob es nur Urban Myth ist. Wenn es einige der hier heute nominierten Aktionen neu für sie gewesen seien, dann empfehle ich Lästerschwestern. Jeden Samstag diesen Podcast hören überall, wo es Podcasts gibt. Da werden sie bestens informiert und unterhalten zusammen mit wechselnden Gästen aus der Influencer-Welt. Warte mal, war Lästerschwester nicht mal mit einer Kollegin? War das nicht mal so ein gemeinsamer Podcast? Hat sich das geändert? Ich hab das nicht so richtig verfolgt. Wird da der ganze Scheiß geguckt und für sie zusammengefasst, damit sie es nicht tun müssen. Kommen wir nun zu dem wichtigsten Preis des Abends unser Vorbild des Jahres. Ah, mit David war das. Genau, das war mit David. Genau, genau. David Hain, der nicht sehr weiblich wirkt. Entschuldige, David. Ähm, äh, sie hatte keine Zeit mehr. Okay, sie, David, hatte keine Zeit mehr. Ich verstehe. Reaktionäre Streamer machen es zunehmend ungemütlich. Ach genau, dann lange mit Lisa Ludwig. Genau das hab ich mitbekommen. Ja, das hab ich mitbekommen. David Hain, ja, 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 das weiß sie, glaube ich, auch noch, aber ich hatte das immer mit der Dame in Verbindung gebracht. Und vergiften den Vorbild des Jahres. Vorbild des Jahres. Die Influencer-Community wird zunehmend gespalten. Reaktionäre Streamer machen es zunehmend ungemütlich und vergiften den Diskurs. Es braucht Menschen, die uns wieder mehr zusammenbringen. Im Hass. Nominiert ist deswegen Prinz Marcus von Anhalt. Oh, kann gerne gewinnen. Kaum einer hat uns alle darin vereint, jemanden abgrundtief scheiße zu finden wie er, als er eine Schildkröte mit einem Fußball beschossen hat. Wir haben ein neues Spiel, das heißt Hit and Tuzzle. Okay, Hit and Tuzzle. Hit and Tuzzle. Yay! Und Andreas Kieling, dessen mutmaßlich übergriffiges Verhalten gegenüber Affe auf Bike bei Seven vs. White so scheiße war, dass er kollektiv rausgeschmissen wurde. Die Situation handgegriffen, unterer Rücken an sich ranziehen kam, passierte folgendes, die Hand wanderte innerhalb von Millisekunden komplett an den Arsch und dann wurde der hier gemacht. Aber volle Kanne, als gäbe es kein Morgen mehr. Wobei, ich höre gerade, wir müssen hier noch jemanden nachnominieren, die Dudes, die auf Affe auf Bike losgegangen sind, bis Fritz Meinigke sich hinter sie gestellt hat und die Situation im Detail beschrieben hat. Typisch Frauen mal wieder, fand ich eigentlich bisher sympathisch, aber dass du dem Andreas Kieling vorwirfst, dich begrapscht zu haben oder whatever, ist einfach nur peinlich. Wenn man dir die Hand schüttelt, heißt es nicht, dass man dich begrapscht, klein. Vor allen Dingen kleine, dann am Ende noch so abschätzt, ich war ganz ehrlich, was für Hussöhne. Und vor allen Dingen, warum? Aus welchem Grund? Um Fritz Meinigke zu beschützen oder einfach nur um seine eigene, um seine eigene komische Welt an sich da irgendwie durchzudrücken? Oder um irgendwelche Dominanz über, über Frauen zu zeigen, in Kommentaren? Niemand interessiert sich für dich, außer jetzt Robbubble offenbar. Aber du bist aber nur irgendein random Dude aus dem Internet und dann schreibst du so von oben herab. Kieling, nicht Meinigke? Hab ich gerade irgendwas? Ach Kieling, nicht der arme Fritz? War das jetzt gerade wegen mir oder war das gerade wegen dem Beitrag? Weil ich hab, ich meinte gerade eigentlich nur, ich meinte eigentlich gerade nur den Kommentarverfasser. Ich meinte den Kommentarverfasser. Ich hab mich versprochen. Oh, ja gut, da hab ich den Namen vertauscht. Entschuldigung, aber jetzt, ich meinte gerade, ich meinte gerade jetzt hier mit dem Kommentar, ich wollte gerade nur den Kommentarschreiber. Du hast hinter Fritz stellen, das hab ich gerade, du hast gesagt, um Fritz zu schützen. Ach so, um Kieling zu schützen. Entschuldigung, das hab ich gesagt. Okay, okay, okay. Okay, ja gut, dann ist mir der Name falsch rausgerutscht. Dafür entschuldige ich mich. Aber eigentlich beleidige ich gerade nur den Typen hier. Eigentlich hab ich gerade nur diesen Kommentar hier, dass man dich begrapscht, Kleiner. Eigentlich will ich nur den beleidigen. Aber dass du dem Andreas Kieling vorwürfst, dich begrapscht zu haben oder whatever, ist einfach nur peinlich. Okay, sehr gut. Wenn man dir die Hand... Ach, also, das hintere ist, ne, das, das, äh, das meinige Affebeschützer, das ist sehr gut. Aber dass Kieling, das ist so wieder... ...schüttelt, heißt es nicht, dass man dich begrapscht, Kleine. Bin ja mal gespannt, was der Kieling dir wohl getan hat. Bist ja auch immer recht toxisch gegen Männer am Schießen auf TikTok. Und das, meine Damen und Herren, liebes Publikum, fasst das Ja und die Stimmung in der Szene finde ich ganz gut zusammen. Lassen Sie uns also hoffen, dass nächstes Jahr ein bisschen weniger scheiße wird. Guten Abend. Ah, das wird's nicht. Robin, das wird's nicht. Ich hab News für dich. Aber wir bleiben optimistisch. Wir bleiben optimistisch. Huch. Meine Damen und Herren, ach, das fängt ja doch von vorne an. Liebes Publikum, ob gar scheiße wird. Guten Abend. Alter, Ava auf Bike ist ein absoluter Herzensguter Mensch und schießt gegen niemanden jemals. Ich hab sie nur im Big Brother Haus gesehen, also, ne, von Knossi. Ich fand sie halt super sympathisch. Sehr, sehr, sehr lieb auf jeden Fall. Von dem, was man gesehen hat. Ich weiß immer vor der Kamera, als die eine Sache hinter der Kamera, weiß man es immer nicht genau. Aber von dem, was ich gesehen habe, wirkte sehr, 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 sehr lieb. So, das ist so das richtige Wort, glaub ich, auch dafür. Das war der Anti-Werb-Videopreis. Ich hätte mir noch gern, es wurde, es gab nominiert, aber keine Gewinner. Ich find, alle sind Gewinner. Oder? Das haben wir noch gelernt. Alle, alle haben diesen Preis. Alle, die hier genannt wurden, haben diesen Preis verdient, find ich. Also, ich, ich finde, alle, alle gewinnen. Das ist toll. Wann hat man schon mal die Gelegenheit zu sagen, ja, alle sind Gewinner. Das hört man seit der Grundschule nicht mehr. Ja, in der Schule hörst du immer, ja, alle sind Gewinner. Alle sind Gewinner. Jeder kann alles werden. Kommst aus der Schule raus, da ist die Realität, haut dir in die Fresse und dann, oh, oh, aber in der Schule haben sie gesagt, oh, wo bin ich denn hier? Oh, kacke. Ja, und jetzt aber hier endlich mal wieder, alle haben gewonnen. Toll. Wirklich ein tolles Ergebnis. Toller Anti-Web-Video-Preis. Vielen Dank, lieber Rob Babbel, dafür und abonniert seinen Kanal. Its ist und sind your 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 Bis zum nächsten Mal.